Ardhanarishvara-sana ist die Stellung von Shiva und Parvati. Ardhanarishvara ist die Bezeichnung, dass Gott gleichzeitig männlich und weiblich ist, Shiva und Parvati, Shiva und Shakti. Ardhanarishvara-sana wird in klassischen Hatha-Yoga-Texten erwähnt, aber nicht wirklich beschrieben. Ardhanarishvara als Murti wird meistens dargestellt als Halbmann, Halbfrau, die Füße parallel. Und so kannst du die rechte Hand heben und die Handfläche nach vorne, eine in Shiva oft vorhandene Stellung. Und du kannst die linke Hand so graziös wie einen Lotus formen. Lotus ist ein Symbol für das Weibliche. In dieser Hinsicht hast du also männlich und weiblich zusammen. Ardhanarishvara-sana ist aber mehr eine innere Haltung. Eine Haltung, in der du weißt, ich habe männliche und ich habe weibliche Eigenschaften. Mal ist es gut, mich durchzusetzen, mal ist es gut, eher freundlich zu sein. Mal ist es mehr gut, in der Ruhe zu bleiben, mal ist es gut, etwas tatsächlich zu tun. Wobei übrigens, welche dieser Eigenschaften jetzt männlich und weiblich ist, bis zum gewissen Grad willkürlich ist. In der indischen Mythologie ist übrigens der Shiva, der Ruhige, der Nichtstut, der Beständige, der Meditative. Und diejenige, die sich durchsetzt, das ist dann der weibliche Aspekt Shakti. Im westlichen ist männlich und weiblich oft umgekehrt dargestellt, da ist die weibliche diejenige, die nachgibt und ruhig ist. Aber in der indischen ist es genau umgekehrt. Und so brauchen wir einfach nur sagen, wir haben alles in uns. Das Empfangende, das Gebende, das Loslassende, das Durchsetzende, das nach innen gehende, nach außen gehende. Und so sind wir Ardhanarishvara und letztlich, wir können diese Einstellung von Ardhanarishvara-sana haben, auch in Bezug auf andere Menschen, unser Karma und die Herausforderungen des Alltags.